Musik Mauritius, die kleine aber feine Insel im Indischen Ozean, beschert den Besucher Inselfealing vom ersten Tag an. Zu den führenden Hotels auf Mauritius zählt die Beachcomber-Gruppe mit acht Luxushotels, die sich durch besondere Servicequalität auszeichnen. Das Royal Palm ist ein perfektes Beispiel für unaufdringlichen, ultimativen Luxus. Es gilt als Geheimtipp unter Hotelkennen und zählt zu den exklusivsten Hideaways im Indischen Ozean. Verwöhn Programme vom Feinsten bieten die Spas und Wellness-Oasen der Beachcomber-Hotels. Und solltest du einen ganz speziellen Ort für deine Flitterwochen suchen, dann bist du hier ganz bestimmt gut aufgehoben. Und wenn du möchtest, kannst du hier auch deine Hochzeit unter Palmen feiern. Die Abgeschiedenheit der Halbinsel Le Morne im Süden von Mauritius zeichnet sich durch die endlosen Strände am Rande einer Lagune aus. Hier findest du zwei Beachcomber-Hotels, das Diner Rubin und das Paradies. Sie teilen sich deinem internationalen 18-Loch-Golfplatz, der zu den besten Plätzen auf Mauritius gezählt wird. Und nach einem erfolgreichen Spiel tauchst du ganz einfach ein in die entspannende Wellnesswelt des Diner Rubin Spas, wo du eine breite Palette an Anwendungen findest. Dass die Gastronomie auf Mauritius einen hohen Stellenwert besitzt, ist bekannt. Im Diner Rubin hast du die Wahl aus acht Spitzenrestaurants. Weltklasse-Köche zaubern das Menü deiner Wahl, speisen wird hier zum Erlebnis. Auch das Schwesterhotel Paradies liegt direkt am weißen, feinsandigen Strand und ist Spitzenreiter unter den Golf-Adressen im Indischen Ozean. Wer das Besondere sucht, absolut top, sind die privaten Kolonialvillen für Familien oder Freunde, sowie das umfangreiche Sportangebot. Und wenn du eine Auszeit brauchst, dann lässt du dich im großzügigen Spa-Bereich verwöhnen. Alle Wellness-Oasen in den Beachcomber-Hotels wurden mit natürlichen Materialien gebaut. Ein Ort, der allen Sinnen gut tut. Inselurlaub vom Feinsten. Bei Beachcomber hast du die Wahl aus acht Luxushotels auf Mauritius und einem der elegantesten Ressorts auf den Seychellen. Entspannter Luxus ohne Dresscode und außergewöhnlicher, dessöhnlicher Service. Das erwartet dich auf einer der schönsten Inseln im Indischen Ozean. Alle Infos für deinen Traumurlaub erhältst du im Beachcomber-Hotels Büro Deutschland, im Internet und in allen guten Reisebüros. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017